Ach schön, die Royal Guards proben für den königlichen Geburtstag. Aber hey, da ist einer umgekippt. Hallo, interessiert das denn niemanden? In England ist es gerade ungewöhnlich warm. Während einer Militärparade am Samstag sind deshalb drei der königlichen Wache kurz in Ohrmach gefallen. Schuld ist die Uniform mit ihrem 45 cm Pelzhut. Die traditionellen Hüte stammen aus den napoleonischen Kriegen. Sie sollten die Feinde abschrecken. Bei 30 Grad total unpraktisch. Weil die Soldaten lange bewegungslos stehen, sackt der Kreislauf ab und bumm. Zum Glück erholen sich die Profis schnell wieder und machen weiter, als wäre nichts gewesen. The show must go on. Hut ab.